hallo ich wollte euch kurz über meinen highlander berichten als ein kleines modellauto bei uns im büro im gang schaut ganz süß aus ja den highlander habe ich seit sechs monaten jetzt also ungefähr 5000 meilen ihr kennt ihn ja ein bisschen von außen ist ein prima auto sehr sparsam so 35 meilen pro valone bis 38 je nachdem die 5000 meilen fühlen sich an wie das schnell vergangen wäre allerdings ist der habe ich dann schon wieder halbes jahr ist es nicht so viel was ausgezeichnet bei dem auto ist allgemein ist ein gutes auto aber wirklich ausgezeichnet ist dieses selbstfahrende oder selbstfahrende unterstützende fahren mit dem eiders also ich bin ungefähr 70 80 produzent der zeit wird das auto an der highway viel selbst muss nur gelegentlich in das lenkrohr reingreifen weil das muss man unterstützen ansonsten fährt wirklich toll es ist ein schönes auto allerdings sollte ich es kaufen müssen bin aber nicht so sicher viel geld und wird sich zeigen wie gesagt tolles auto und ja bis bald ciao